Heute mal was ganz anderes. Ein Kommentar. Ich rede lange und detailliert über eine Person, einen Josef Dragil, obwohl ich eigentlich mit ihm reden wollte. Er hat aber zu viel Schiss und zu wenig Integrität. Wohl, weil er weiß, dass ich zeigen werde, wer und was er wirklich ist, dass er nur destruktiv agieren kann und mit seinem infantilen Gehabe niemanden beeindruckt. Denn ohne Argumente und nur mit unbelegten Behauptungen, naja, da kommt man nicht weit. Willkommen zu Josef Dragil, ein ehrlicher Kommentar. Ich bin unlängst ein Fan von Günther Pahl geworden, der Gunkel genannt wird, der gesagt hat, Wir müssen feststellen, wie es ist. Und wenn wir wissen, wie es wirklich ist, dann können wir entscheiden, was wir damit machen. Und jetzt schauen wir mal, wie es ist. Nämlich, wie es wirklich ist. Und wenn wir das wissen, wie es wirklich ist, dann überlegen wir uns, was wir damit machen. So einfach kann es sein. Im Gegensatz zu einem Josef Dragil, der keine Ahnung hat, was wirklich ist, der nicht interessiert ist, was wirklich ist, der einfach ziemlich alberne Behauptungen aufstellt und dann andere kritisiert, weil sie ihn und seinen God of the Gaps Blödsinn nicht ernst nehmen, der wild Begriffe auswirft, die er selber nicht versteht, der ständig immer wieder identische Slogans benutzt, ganz kurz, ganz kurz. Und dann Weltbild ohne Sinn und Verstand. Und dann das absolute Highlight, sein selbst widerlegender Skeptizismus. Wow, beeindruckend. Naja. Also das Ganze aber ohne eigene Belege zu liefern. Ohne Argumente oder Rationalisierung. Hier wird lediglich das Gegenüber, also als Person, verbal erniedrigt, damit die eigene Idiotie besser aussieht, ohne besser zu sein. Er hat das Wort logisch im Kanalnamen, nur wirkt es hier seltsam deplatziert, geradezu beleidigend. Und Dragil kommt anscheinend nicht so ganz klar mit dieser Welt. Wenn man ihn anguckt, er neigt den Kopf nach rechts, die Liedschlussfrequenz ist erhöht, Ellenbogen sind angelegt und er schiebt das Kinn runter, als ob es sich verstecken wolle oder es furchtbar unbequem für ihn ist. Er wendet sich oft ab, er kommt da irgendwie nicht mal, irgendwie nicht klar. Er wird anscheinend von der Wirklichkeit eingeschüchtert. Es braucht tatsächlich auch objektive moralische Werte. Wir gehen davon aus, dass wir uns nicht beschimpfen. Er erfindet einen imaginären Freund, der ihm zustimmt und ihm gut zuredet. Anstatt aber privat mit diesem imaginären Freund zu spielen, redet er, auch als erwachsener Mann, in der Öffentlichkeit darüber und gibt sich der Lächerlichkeit preis. Aber damit nicht genug, sucht Dragil jetzt auch noch nach Bestätigung für sein Hirngespinst. Und naja, er findet ein paar Ausschnitte in einem alten Buch. Und die pickt er raus. Und weil er sich jetzt oberflächlich zumindest bestätigt fühlt, erwartet er von anderem, dass sie seinen imaginären Freund nicht nur akzeptieren, sondern ihr gesamtes Dasein, ihre gesamten intellektuellen Erkenntnisse, alle mentalen Vorgänge auf diesem imaginären Freund von Dragil basieren. Ohne den, naja, plötzlich einfach nichts möglich ist. Wenn ich mit meinem biblischen Weltbild beginne, habe ich, habe ich eine Grundlage für sicheres Wissen. Und um diesen Wahnvorstellungen Nachdruck zu verleihen, sucht Dragil sich, naja, nicht etwa Belege für seinen imaginären Freund, sondern beschuldigt andere, überhaupt nicht denken zu können, ohne seine bizarren Einbildungen. Man sei ohne seine Fantasiegestalt zu akzeptieren, überhaupt nicht in der Lage, naja, seinem Gebilde skeptisch zu begegnen. So redet er sich das ein. Wohl damit man gar nicht anfängt, daran zu denken, kritisch zu denken. Dabei hat Dragil die Fähigkeit verloren, sachlich, logisch, rational und kritisch zu denken. Er sieht es nur selber nicht, weil er so in seiner kleinen Nische gefangen ist, die ihm nur erlaubt, Giftpfeile abzufeuern, in der Form von unverstandenen Begriffen, wie eben der so oft von ihm benutzte, selbstwiderlegende Skeptizismus. Skeptizismus ist das systematische Hinterfragen und nicht der blanke Zweifel. Nur er versteht es nicht. Denn, guck mal, der Skeptiker kann sehr wohl eine skeptische Proposition äußern, ohne darüber im Zweifel zu sein, was er geäußert hat. Und zweitens, naja, das ist möglich, weil Sprache nicht nur im Modus der direkten Referenz verwendet werden kann. Deswegen ist zum Beispiel die Theorie der Referenz von Putnam, die ist unvollständig. Und alles, was man als Konklusion vorbringen kann, ist, dass die skeptische Frage offen bleibt. Also selbst in der simpelsten Form, diesem Brain in the Jaw, selbst hier ist Skeptik nicht selbstwiderlegend. Und daher vermute ich, dass Dragil solche Begriffe irgendwo aufgeschnappt hat, aber ohne sie wirklich zu verstehen. Und Dragil schnappt irgendwo ganz viele so Begriffe auf. Also er hält sich wahrscheinlich so in der Philosophie auf, weil man da so schön schwafeln kann, ohne wirklich was zu sagen. Man betrachtet es ja nur, wirft Fragen auf und sieht Dinge aus einer anderen Perspektive. Nur legt man sich nicht da wirklich fest, was wirklich ist. Ich hingegen will feststellen, wie es ist. Wie es wirklich ist. Und ich kann jetzt tagelang Zitate vorlesen von Philosophen, die sich mit dieser Frage beschäftigt haben. Eben weil es Philosophen sind und sich alle uneinig sind. Wenn ich hier so ein Zitat aus der philosophischen Forschung nehme, dann sehen wir eine solche Betrachtung aus verschiedenen Blickwinkeln. Aber guck mal, es ist doch, okay, wenn ich mir das angucke, anders als moderne Varianten des Skeptik, bedient sich der alte pyronische Skeptik, nämlich der argumentativen Version selbstbezogener Lektion. Das heißt also, ach, ich will das jetzt alles nicht erklären. Ehrlich, das kann sich jeder selbst ansehen und nachlesen, wie idiotisch das ist. Das heißt also, es gibt hier ganz eindeutige Literatur, die genau das, was hier Dragil sagt, völlig negiert. Ich weiß nicht, warum er das nicht versteht. Es ist doch, also ich finde das ganz einfach, für einen einfachen Menschen, so wie ich es bin. Es geht doch nur um Seelenruhe ohne Prämissen. Und daher habe ich mich auch bemüht, nicht über Dragil zu reden, sondern mit ihm. Nur hat er nicht den Mumm dazu und einfach zu viel Schiss. Also muss ich doch über ihn reden, damit andere das auch verstehen. Ein, naja gut, ein T ist, also wie Dragil, der hat ein riesiges Problem. Und er hat, naja, als T ist eben, die Vorstellung und den Glauben, dass da etwas sitzt. Das Universum, Leben und Bewusstsein entwickelt, designt und implementiert hat. Und die meisten Tisten können sich da irgendwie nicht von loskoppeln und meinen, dass bei Atheisten, also denjenigen, die nicht das glauben, was Tisten glauben, nämlich dass wenigstens ein Gott existiert, dass da an der Stelle, wo bei ihnen da so ein Gott sitzt, dass bei Atheisten etwas anderes, etwas ähnliches ist, mit ähnlichen Funktionen und Aufgaben. Und deshalb hört man ja auch so oft, dass Atheismus auch eine Art Religion ist. Was natürlich nicht der Fall ist. Genau wie ein Skeptiker nur strukturiert und zielorientiert alles hinterfragt. Ganz einfach eigentlich, sollte man meinen. Dragil hat es ganz klar nicht verstanden und zieht sich auf alberne Semantik zurück. Dabei ist er sehr unsicher, voller Komplexe und drückt das sehr deutlich in seiner Körpersprache aus. Er hat sich in die gefühlte Sicherheit einer Nische zurückgezogen und schießt von da aus seine kleinen Giffeile ab, kann aber weder hinter sich noch links oder rechts was sehen. Eben, weil er in dieser zugemauerten Nische ist, wo er sich sicher fühlt. Und das hat ja Torin in einem Gespräch mit Dragil ja bereits sehr schön rausgearbeitet. Die Frage ist, ist wahre Erkenntnis möglich oder nicht? Dragil hat darauf keine Antwort und wirft dann anderen vor, sie hätten keine Antwort, um selber nicht antworten zu müssen. Er bricht die Suche nach Wahrheit voreilig ab und er findet lieber ein undefiniertes Etwas, ein unbestimmtes und unbestimmbares Wesen. Dragil springt wild hin und her, verwechselt Naturalismus und Philosophie und verhaspelt sich ständig in seinen Aussagen. Er versteht nicht, was Wissenschaft ist, was die Aufgabe ist und wie der Ablauf. Daher kann er auch selber nichts vorbringen und ist nicht gewillt zuzuhören und etwas zu lernen oder seinen Wissenstand zu berichtigen. Er kann nur, ich weiß, es hört sich hart an, aber er kann nur lügen und betrügen und andere täuschen. Etwas anderes geht bei ihm nicht, obwohl er genau weiß, dass er etwas sagt, was falsch ist. Aber er muss es sagen, um eben dieses Täuschungsmanöver durchziehen zu können. Warum? Naja, um sein Einkommen nicht zu torpedieren. Er muss also im Gespräch ständig unterbrechen. Er muss es tun, er darf andere nicht ausreden lassen, weil er sonst in Gefahr läuft, dass jemand eine schlüssige und überzeugende Widerlegung vorbringt. Das kann er ja nicht zulassen. Wenn ich widerlegt werde, dann leidet vielleicht kurzzeitig mein Ego, aber ich habe etwas dazugelernt. Bei Trashil ist das anders. Er lebt ja als Märchenonkel und jede Widerlegung geht bei ihm an die Substanz, das Einkommen. Er erzählt das ja nur, indem er anderen was erzählt, gilt, nämlich das Glaube alleine ausreicht. Und da ist dann ein sehr altes Buch, die Bibel, direkt dann Gottes Wort für ihn. Die Bibel ist das geschriebene Wort Gottes. Hat er das denn schon immer gewusst, schon als Baby? Naja, wohl kaum. Trotzdem behauptet er das. Da hatten Götter für ihn doch noch keine Relevanz. Also konnte er es ja nicht wissen, was die Bibel ist und ob da etwas drinsteht, was er etwas beinhaltet, was wahr ist, was er heute blind glaubt. Denn er nimmt das, was in der Bibel steht, als wahr an. Warum? Naja, weil es so in der Bibel steht. Es gibt einen bezeichnenden Satz in der Bibel. Als Kind habe ich wie ein Kind gesprochen, ich habe wie ein Kind gedacht, ich habe wie ein Kind argumentiert. Als ich erwachsen wurde, gab ich kindische Verhaltensweisen auf. Dragil kann das aber nicht. Daher baut er sich mit seinem imaginären Freund und dessen Sohnemann ein imaginäres Traumschloss auf. Und dieses Traumschloss gefällt ihm, also muss er jetzt so tun, als sei es real, durch die eben erwähnten Täuschungsmanöver und Falschaussagen, die er aber im Brustton der Überzeugung vorträgt. Wenn ich mit meinem biblischen Weltbild beginne, habe ich eine Grundlage für sicheres Wissen. Schmarrn. Er scheint das aber tatsächlich zu glauben. Nur seine Körpersprache sagt deutlich, dass er weiß, wie idiotisch seine Aussage ist und er sich bewusst ist, dass er nur versucht, andere zu täuschen. Er redet ständig über ein Weltbild, ist sich aber anscheinend nicht im Klaren, was das eigentlich ist. Ich lese ständig Kommentare, dass er unehrlich ist, aber nicht dumm. Ich kann das aber nicht bestätigen. Alles, was ich bei ihm sehe, ist, das Verhindern eines ehrlichen Dialogs, die Verhinderung eines Informationsaustausches, wo zwei Thesen gegenübergestellt, betrachtet und analysiert werden. Das lässt Dragil aber nicht zu und will es um jeden Preis verhindern. Denn dann müsste er sein Denkschema und sein Weltbild, was immer, wie er das jetzt nennt, auch verteidigen müssen, was er nicht kann. Also entweder unterbricht er oder greift ihn gegenüber an oder weicht irgendwo hin aus oder er läuft lieber weg, wenn es denn eine formale Debatte ist. Weil in dem Augenblick, wo er herausgefordert wird, zu so etwas kann er ja nicht reagieren. Und in der 300.000 Jahre während der Geschichte der Menschheit hat sich ja das jeweilige Weltbild stark gewandelt. Und erst in den letzten paar Jahren, also so 1000 BCE, dann wurde ein komplexes geozentrisches Weltbild entwickelt. Und das 2000 Jahre später von einem heliozentrischen, mehr realistischen Weltbild abgelöst wurde. Nicht, weil es Götter oder Göttinnen so wollten, nein, die sind bei ihrem geozentrischen geblieben, sondern weil Menschen das Ich-Weiß-Es-Nicht umgesetzt haben in ein Ich-Sehe-Mal-Nach. Und so ist im Laufe der Zeit aus einem Weltbild ein breit verzweigtes Verständnis geworden, wie unsere Realität aussieht, wie es wirklich ist. Dragil wehrt sich aber dagegen und will das längst überholte, das simplistische Weltbild von ihm zurückkamen, wo wenig nachgedacht werden musste und ein einfaches Gott-Was ausgereicht hat. Aber heute sind wir Menschen doch weiter. Und für mich ist Weltbild eine Darstellung der wahrnehmbaren Wirklichkeit, der Realität, so wie es ist. Die Weltanschauung ist eher geprägt durch eine Interpretation der Konsequenzen daraus. Und da ist auch schon das erste Problem für Dragil. Ich habe hunderte Weltbilder und tausende von Anschauungen, weil ich es als Mensch sehe und nicht ausschließlich als Atheist, der keine Anschauung hat. Es gibt kein atheistisches Weltbild. Das ist absurd. Das habe ich wie oft bereits erklärt. Nur fehlt Dragil die intellektuelle Fähigkeit, das zu begreifen. Oder er will es nicht, weil das dann im Gegensatz wäre zu dem, was er propagiert. Naja, da kommt noch dazu, weil das ist ja ganz einfach eigentlich, der Theist nicht in der Lage ist, sich in das Denkschema eines Atheisten rein zu versetzen. Umgekehrt aber schon. Und um das klarzustellen, ob ich eine Katze wahrnehme oder Chimera singen höre, das löst völlig unterschiedliche Reaktionen und Emotionen bei mir aus. Ganz anders bei einem Bild von James-Webb-Teleskop oder einer Trend-Analysen-Kurve mit Poisson'sche Verteilung. Ich kann die Schönheit einer Blume wahrnehmen und gleichzeitig die Photosynthese verstehen, unabhängig von Göttern oder Göttinnen. Die Welt ist für mich das gesamte Universum und hat verschiedene evolutionäre Entwicklungsstufen. Ich kann also gut nachvollziehen, wie ein Stern oder Planet oder Monde entstehen, ohne meine Sinnesorgane bemühen zu müssen. Wie das Universum entstanden ist, kann ich heute noch nicht sagen. Dazu fehlen mir Informationen. Und ob das ein Geist, ein Gespenst, ein Gott oder etwas völlig anderes, das ist damit völlig offen. Jedenfalls ist beim Naturalismus alles Übernatürliche kategorisch ausgeschlossen. Wenn ich mir die Welt anschaue, dann ändert sich meine Einstellung grundlegend, abhängig davon, was ich gerade wahrnehme. Und auch wann, weil ich mich ja auch ändere. Und da gibt es nichts, was identisch ist. Ich kann etwas emotional, sachlich oder abwartend wahrnehmen, mit tausenden von Positionen dazwischen. Ich habe mal eine Drohne von mir im Rückwärtsflug auf Jamaica verloren. Das ist eine traurige Emotion. Aber vorher habe ich Geysire auf Island, eine verlassene Burgruine in England aufgenommen. Und Aufnahmen von einer verlassenen Stahlfabrik in Texas, die sehe ich da völlig anders, als die schier endlose Wüste in Katar oder das Blumenmeer in Namakualand. Es gibt nicht eine einzige Weltanschauung. Ob ich in eine Moschee einen Puff oder ins Theater gehe, da spielt doch nicht stets eine und dieselbe Weltanschauung eine Rolle. Das kann mir doch keiner sagen. Auch die Welt selber, also unseren Planeten, die sehe ich doch ebenfalls sehr differenziert. Drachil darf das nicht. Er ist Kreationist und hat auch keine Motivation, etwas zu lernen, etwas anderes zu lernen. Und deswegen bleibt er eben bei seiner einzigen Weltanschauung. Leider gibt es aber auf der Welt heute Seuchen, Überschwemmungen, Trockenheit, Hungersnöte, Erdbeben, Blitze, Feuer, Asteroiden, Pandemien, Vulkanausbrüche, Tornados, Tsunamis, Meteoreinschläge, Giftgasausbrüche, Steinschläge, Erdrutsche, Bergstürze, Muren, Lawinen, Hagel, Strahlung, etc. 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 Auch heute noch, die einfach nur Leben auslöschen. Und da hat sich in den letzten 4000 Millionen Jahren nicht viel getan. Leider. Daher können wir Menschen ja auch nur auf ca. 11% der Erde ohne Hilfsmittel, also wissenschaftlich erforschten Hilfsmittel, existieren. Als Gott oder Gottheit hätte ich da schon irgendwie ein bisschen anders agiert. Vor allem, wenn ich ja wohlwollend wäre und gütig und liebevoll. Das heißt, meine Fantasie orientiert sich an der Realität und hat zwei wesentliche Merkmale, realistisch und überprüfbar. Weil sonst ist es nur Fantasie und Fantasie Gebilde. Dann hat es auch mit der Realität nichts mehr zu tun. Das heißt, in dem Augenblick, wo ich meine Fantasie benutze, werde ich versuchen, sie auch in die Realität umzusetzen. Das nennt sich dann Kreativität. Aber die Natur, die ist ja nicht wohlwollend. Die ist ja nicht gütig oder liebevoll, was ja in diesem Gott nachgesagt wird. Und daher ist der methodologische Naturalismus ganz klar überzeugend, während die Gottes These das nicht vorweisen kann. Für Dragil ist nur absolutes Wissen wichtig, weshalb er auch nicht versteht, was Wissenschaft ist, wie Wissenschaft funktioniert und was Wissenschaft eigentlich erreicht. Er denkt, wir müssen die Epistemologie erfinden. Dabei existiert sie längst. Er versteht sie nur nicht, weil das mit seinen Prämissen nicht vereinbar ist. Dragil versteht nicht, was Wissen ist. Er versteht es offensichtlich nicht. Für ihm ist das Resultat einer antiken Fantasie, das in dem alten Buch genannt Bibel repräsentiert ist, gleichbedeutend mit Wissen. Aber wenn wir uns das angucken, es gibt ja eine Frage von dem amerikanischen Philosophen Gete. Ist gerechtfertigte wahre Meinung gleich Wissen. Das ist schon 40 Jahre alt. Und da sehen wir ja auch wie das funktioniert mit Glauben, dann der Realität, Wahrheit, dann die Gründe dafür und dann hinterher was Wissen ist. Deswegen man kann falsches glauben, aber nichts falsches wissen. Das versteht Dragil aber nicht. Bei ihm ist das alles anders. Ich lebe mit nur einem einzigen Aktion. Ich existiere als Mensch, der seine Umgebung kann. Fertig aus, mehr nicht. Mehr brauche ich nicht. Ich kann ihm eine schattern. Wenn es brennt, dann existiere ich. Oder er bildet sich ein. Wie er sich erfolgreich seinen imaginären Freund und dessen Sohne man einbildet. Ich habe vor mir einen Würfel. Bilde ich mir das ein? Woher habe ich das Wissen über diesen Würfel? Ich kann jetzt verifizieren, falsifizieren, prüfen und darauf basierend Voraussagen treffen. Ich kann den Würfel tragisch an den Kopf werfen. Wenn er Aua sagt, existiert der Würfel. Ich kann den Würfel erhitzen, in einen Kühlschrank legen und eine Infrarot Aufnahme machen, auf der er ganz klar zu erkennen ist. Ich kann den Würfel in ein volles Glas legen und den Wasserstand messen. Ich kann einen Laser darauf richten und dann bemalen. Endlos viele Möglichkeiten habe ich hier, um Wissen zu generieren. Und ganz ohne einen der Götter. Kann ich das alles mental verarbeiten? Na klar, meine Aktion beinhaltet das Denken, weil ich ein Mensch bin und Menschen denken können, logisch denken können, wenn sie wollen. Und weil ich sehen wollte, wie weit er das wirklich treibt, habe ich ihn gefragt, ob er den Mumm hat, eine Debatte mit mir zu wagen. Naja, hat er nicht. Und sehr typisch seine Antwort ist, hat Stefan Käse eine ontologische Grundlage für die notwendigen Voraussetzungen der Intelligibilität? Okay, Intelligibility, das ist im Englischen ein ganz gängiger Begriff, aber im Deutschen nicht. Deswegen benutzt er hier Wörter, die er auch nicht aussprechen kann. Es ist ein simpler Trick, um sein Weglaufen zu kaschieren. Und das ist eben der Trick. Aber wenn wir uns das angucken, ich meine, come on, Ontologie ist ein Begriff aus der Philosophie und steht dort für die Lehre vom Sein. So, das kann man schnell nachlesen. Habe ich ja getan. Und dann steht da, eine Konsequenz der ontologischen Behandlung des Denkens besteht daran, dass es um das Sein des Denkens geht, nicht dagegen um eine wirkliche oder wirkliche Erkenntnis. Also nicht das Resultat, sondern der Prozess. Versteht aber Drachil leider nicht. Und diese Intelligibilität bezeichnet in der Philosophie die Fähigkeit Zusammenhänge unmittelbar ohne sinnliche Wahrnehmung und allein durch den Intellekt zu erfassen. Also geistig erfassbar. So einfach ist das. Das heißt also nicht materiell. Das versteht Drachil leider nicht. Er benutzt zwar das Wort, er weiß aber nicht, was dahinter steckt. Und das ist halt der Trick von ihm. Simpel und eigentlich ganz leicht zu durchschauen. Das heißt Drachil macht eine Aussage völlig bizarr und wird, gefolgt von der Frage kannst du das widerlegen oder was ist daran falsch? Das ist ein Trick. Wenn ich zum Beispiel einen Satz sage, der nicht triviale substanzielle Sinn des Lebensspruches hingegen ist ein modalontologischer. Erklär warum das falsch sein sollte. Es ist ein gültiger Satz aus einem Philosophie Papier. Nur muss man den erst mal sacken lassen, den Kontext , die einzelnen Begriffe verstehen. Erst dann kann man das in einen Zusammenhang bringen und einordnen. Und deshalb eignet sich so etwas für den primitiven Trasile-Trick. Er kann seine eigenen Behauptungen nicht belegen. Geht also auf andere los und denkt, dass wenn andere keine Antwort auf diese idiotischen Aussagen ohne Kontext kommt, er automatisch Recht hat. Was ja völliger Quatsch ist. Aber es erklärt, warum er nicht in eine Debatte, eine formelle Debatte einwilligt. Es ist zu gefährlich. Für ihn wohlgemerkt. Er ist halt ein Presuppositionalist. Jemand, der seinen Lieblingsgott voraussetzt und dann nach Wegen sucht, das schmackhaft zu machen, ohne Belege zu haben. Er findet auch nichts Überzeugendes und muss jetzt kreativ werden. Dazu erfindet er so idiotische Sachen wie das atheistische Weltbild. Ohne selber im geringsten in der Lage zu sein, Dinge wie Logik, Wahrheit, Verständlichkeit und so erklären zu können. Wenn seine Einstellung etwas erklären kann, dann sollte er doch in der Lage sein, das zu belegen. Aber warum rennt er denn davor weg? Mir eine Fähigkeit abzusprechen, ohne das auch nur im geringsten demonstrieren zu können, ist doch ganz klar inkompetent und albern. Ständig nur zu sagen, ich habe eine Wissensaussage gemacht, die belegt werden muss, ohne selber etwas belegen zu können, das ist doch lahm. Und macht seinen imaginären Freund, seinen Gott, eigentlich doch ganz schön sauer, weil er ständig lügen muss. Und alles, was ihm fehlt eigentlich, deswegen tut der Kerl mir auch irgendwo leid. Das sind Informationen und Ethik, da kann er eigentlich gar nichts dafür, er fühlt sich da nicht wohl drin, aber es ist so, wie er sich da nur rauswinden kann, um Akzeptanz zu finden. Und deshalb erfindet er ja einen Gott, der nur die Entschuldigung ist, nicht denken zu müssen. Ich bin ignorant und dumm, daher Gott. Das braucht man nicht weiter nachzudenken. Und ich hingegen gehe von ich bin ignorant, weil das bin ich ja, ich bin in den meisten Sachen ignorant. Aber ich gehe von ich bin ignorant und ich weiß es nicht, da gehe ich über zu ich will es lernen und erforschen. Die Aussage ich weiß es nicht ist in meinen Augen die Triebfeder der Wissenschaft. Was genau macht seinen Gott, der allwissende Christengott? Was macht ihn allwissender als den allwissenden Allah oder Vishnu oder Manitu oder Krishna oder 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 die anderen Götter? Und schließlich warum weiß er im Grunde genommen nichts? Ich aber schon. Warum kann er nichts von dem belegen was er behauptet? Ich aber schon. Also was einen Apologeten wie Josef Tragil ausmacht ist eigentlich nur die Angst die Verzweiflung Ignoranz und leider auch die Unehrlichkeit deshalb findet er auch nur wenige die eine dermaßen drastische und absolute Einstellung teilen Gott sei Dank Bye for now